Schönheit ist für mich auf jeden Fall von innen. Ein Mensch kann natürlich auch schöner gemacht werden durch uns. Ich bin Lea, Friseurin. Als Friseur kannst du überall arbeiten, überall muss man Haare schneiden. Ich habe Abitur gemacht und da erwarteten natürlich alle von mir, ja, das Mädchen geht studieren. Diesen Schritt zu tun, Friseurin zu werden, der hat mich auf jeden Fall weitergebracht und viel selbstbewusster gemacht. Es ist ein harter Job, aber das macht mir auch Spaß. Jetzt ganz viel mit Fühlen und Sehen. Jetzt kann ich mich wirklich kreativ austoben und da kann ich so sein, wie ich will. Ich liebe meinen Job. Am meisten Spaß macht mir auf Hochzeiten zu arbeiten und die Bräute zu verschönern. Zu wissen, die Frau ist glücklich für heute und die fühlt sich schön, das ist das Schönste auf der Welt. Wenn du gerne mit Menschen zu tun hast, kreativ bist und Leute glücklich machen willst, dann hol dir meinen Job. Und bis zum nächsten Mal wiederholen. intox ETF